Du checkst nix, das liegt an unserem gehobenen Niveau, verdammt doch mal, hier kommt die zwei Genie. Ja Leute, lange ist es her, im Oktober hab ich MC Pit gesigned und jetzt kommt ein neuer. Das ist mein neuer Rapper im Camp, er nennt sich Thymus Glied. Hast reine Reime und der Typ ist echt real, er hat viel erlebt im Leben. Ja, genau, ich bin Thymus Glied, das neueste Signing bei Mahoney Rackets. Ja, ich wurde vor ein paar Tagen gesigned, jetzt ist alles offiziell und ich freu mich echt auf die Zusammenarbeit. MC Pit hab ich auch schon kennengelernt, klasse Typ sag ich euch. Und ich würde mal sagen, Mahoney Rackets von jetzt bis immer, oder? Bald kommen ein paar Videos mit uns, dann lernt ihr mich ein bisschen kennen, meine Rap-Technik und so weiter. Und ja, das was ich sage, halte ich. Und ich sage, ich werde einschlagen wie eine Bombe. Yo, das war's erstmal, ich zocke jetzt weiter. Das ist der neue Rapper Thymus. Also haut rein, Leute. Rappen ja, rocken nein. Rappen von Westheim bis Portenstein. Von München bis Hamburg rappen überall. Du kennst meinen Standort, rappen ist wie Kampfsport. Entweder kriegst du den Schlag durch den Beat. Oder du wirst hart gedischt. Mist.